Hallo und herzlich willkommen hier zu Grafirmkna. Heute möchte ich euch einfach mal zeigen, wie ihr Minecraft RTX Tether Packs grundladen könnt. Das Ganze für die Windows 10 Edition. Voraussetzung ist, dass ihr eine RTX Grafikkarte habt und das setze ich jetzt auch erstmal einfach voraus. Und genau, wenn ihr dann eine RTX Grafikkarte habt, wollt ihr ja vielleicht auf Servern oder auf anderen Welten spielen und das Ganze dann auch mit RTX. Allerdings braucht ihr halt ein Tether Pack, was dazu passt. Und heute möchte ich euch einfach mal zwei Wege zeigen, wie ihr diese RTX Tether Packs grundladet. Die zweite Methode ist sogar ziemlich effektiv oder ziemlich gut, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und die erste Methode ist einfach, dass ihr in den Browser geht und dort Nvidia RTX Tether Packs sucht. Oder eher genau, RTX Tether Packs. Und dann klickt ihr auf den, hier genau, auf den zweiten Link. Dort wird das Ganze dann auf der Nvidia Website vorgestellt. Und dann bekommt ihr hier so eine Tabelle. Also ich kann euch hier nochmal zeigen, wie das Ganze heißt. Minecraft RTX Windows 10 Beta. Und genau, das ist das Ganze. Und dann habt ihr hier unten eine Tabelle mit ganz vielen, beziehungsweise in dem Fall mit vorgeschlagenen RTX Tether Packs. Es gibt Auflösungen und die könnt ihr euch auch hier einfach runterladen. Manche funktionieren nicht. Deswegen habe ich mir eine andere Methode gesucht. Ich weiß nicht, ob die jemand anderes schon mal vorgestellt hat oder benutzt hat. Allerdings will ich euch einfach mal zeigen jetzt, wie ihr von dem Marketplace die RTX Tether Packs benutzt. Das ist eigentlich ziemlich einfach, wenn man versteht, wie es funktioniert. Und dafür wechseln wir jetzt einfach mal in Minecraft, würde ich sagen. Und dort zeige ich euch jetzt erstmal einfach diese Welten, wo ihr die hier halt allgemein unterladen könnt. Also diese RTX Welten. Dafür müssen wir natürlich erstmal in den Marketplace gehen. So, es hat jetzt geladen. Wir gehen in den Marketplace. So, perfekt. Wir suchen jetzt hier einfach mal nach RTX. Dann kommt jetzt hier zum Beispiel Heeltop Lifestyle RTX. Das laden wir jetzt einfach mal runter. Klicken hier auf Free. Oder auf Gratis. Je nachdem, welche Sprache. Dann klickt ihr auf Download. Und dann downloadet ihr das Ganze. So, das lädt jetzt hier kurz. Jetzt wird es noch importiert. Und wir erstellen einfach mal eine Welt, würde ich sagen. Klicken hier auf Create New World. Gehen hier auf mehr anzeigen. Dann wählen wir uns das Ganze hier einmal aus. Wo hat es jetzt? Wo hat es jetzt? Hier Heeltop Lifestyle. Oh, ich hätte auch einfach hier auf Create New World gehen können. Ist jetzt egal. Ihr müsst einfach nur die Welt erstellen. Und dann erkläre ich jetzt einfach mal, was passiert. Und zwar wird ja jetzt in eurer Minecraft Bedrock Datei eine Welt angelegt. Und zwar mit einem Thatcher Pack. Und zwar mit einem RTX Thatcher Pack. Und wir werden jetzt einfach gucken, wo das Ganze gespeichert ist. Ich habe gerade RTX ausgemacht. Perfekt. Und so, damit ihr seht, dass das Ganze hier auch funktioniert. So, das braucht jetzt ein bisschen, um sich aufzubauen. Besonders, wenn ich jetzt hier gerade noch eine Aufnahme mache. Aber so geht es jetzt erstmal. Und, ähm, genau. Wir gehen jetzt einfach mal in unseren Explorer. Also, wir gehen einfach auf Save & Crit. Und gehen, wie gesagt, in unseren Explorer, wenn wir hier alles geschlossen haben. Okay, ihr sucht jetzt den Explorer, halt den com.moyang-Ordner raus. Das ist einfach eure Stammdatei für Minecraft Bedrock. Habe ich schon mal in einem Video gezeigt. Ich verlinke euch einfach mal ein anderes Video von einem anderen YouTuber, wo der das ganz schnell zeigt, wie ihr das Ganze findet. Und dort sind halt alle eure Thatcher Packs und eure Welten gespeichert. Allerdings ist das jetzt erstmal nicht unser Ziel. Sondern wir klicken hier auf Local State. Dann auf Premium-Cage. Und dann auf World-Templates. Und ihr müsst euch jetzt raussuchen, welche Welt das hier quasi ist. Also, das sind jetzt hier in dem Fall die Welten, die ihr euch, oder die Packs, die ihr euch vom Marketplace runterlädt. Das hier ist jetzt hier zum Beispiel eine Gratis-Welt von Ägypten. Oder hier, das hier ist eine Welt von Bad Wars. Und ihr sucht jetzt einfach diese Hilltop-Lifestyle-Welt raus. Das war bei mir jetzt hier MS Plus irgendwas. Und dann checkt ihr das Ganze hier einfach beim World-Icon. Und das Ganze ist jetzt hier. Ihr braucht jetzt einfach nur auf Resource Packs drücken. Und hier ist das ganze Stück auch schon. Das ist jetzt einfach unser RTX-Toucher-Pack. Wir kopieren das Ganze. Gehen zurück. Gehen nochmal zurück. Gehen nochmal zurück. Gehen nochmal zurück. Und klicken dann auf Games. Dann auf Com-Moyang. Gehen auf Resource Packs. Und fügen das Ganze jetzt hier ein. Ähm. Wahrscheinlich wird jetzt bei mir so eine Anzeige kommen, dass ich das Ganze schon mal hier hatte. Das kann jetzt auch kurz dauern, da es echt viele Elemente sind. Je nachdem, wie stark euer Rechner ist. Und wenn solche Anzeige kommt, dann bedeutet das einfach, dass hier in dem Fall dieses RP0 schon im Ziel ist. Und deswegen gehen wir einfach auf Dateien im Ziel ersetzen. Das wird bei euch wahrscheinlich nicht der Fall sein. Und hier ist es jetzt so. Und jetzt können wir einfach in Minecraft reingehen. Und uns das Ganze einfach mal anschauen. Also wir können uns jetzt einfach eine Welt erstellen. Und dort dann dieses Toucher-Pack einfach hineinfügen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also einfach als Toucher-Pack auswählen. Und wir können jetzt da halt einfach auch das Ganze als Standard-Toucher-Pack auswählen. Ich will es euch jetzt erstmal zeigen bei einer normalen Welt. Dafür geht ihr halt auf Resource-Packs. Dann müsst ihr hier euch raussuchen, wo es ist. Es ist jetzt hier bei Hilltop Lifestyle. Ihr aktiviert das Ganze und dann ist es auch schon aktiviert. Ihr klickt auf Create. Und dann erstellt sich einfach eine random generierte Welt. Und ihr habt das Toucher-Pack am Start. Darum geht es in dem Fall. Also ihr habt jetzt hier das Toucher-Pack. Normalerweise hättet ihr das nicht. Und genau, das ist es eigentlich auch schon. Wir können jetzt hier einfach damit spielen. Und gehen jetzt auch wieder zurück ins Hauptmenü. Um das Toucher-Pack jetzt auch mal auf Servern anwenden zu können. Dafür gehen wir hier auf Global Resources. Und gehen hier dann auf Hilltop Lifestyle. Das Ganze ist jetzt hier aktiviert. Wir gehen auf Play. Wir wählen jetzt einfach mal den Hive-Server. Und joinen. Und hier müsste das Ganze jetzt auch direkt funktionieren. Ihr seht, wir haben jetzt hier Raytracing aktiviert. Die Texturen verändern sich jetzt nicht so krass. Allerdings haben wir Raytracing einfach mal auf den Hive-Server. Und das ist eigentlich ziemlich praktisch, wenn man sich das so überlegt. Dass man einfach von dem Marketplace so die RTX-Toucher-Packs sich gönnen kann. Und genau, ich hoffe, ich konnte auf jeden Fall euch weiterhelfen mit diesem Video. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.